Ja, danke lieber Martin erstmal für die Einführung und die Einleitung. Ich möchte jetzt sozusagen die Reprise aus Sicht der Genealogie zu Frau Dr. Kluttig spielen und hoffe, wir kommen dann in der Diskussion zu einer harmonischen Kota. Der Dresdner Verein für Genealogie hat sich 2001 gegründet. Dresden meint dabei das Wirkungsgebiet des Vereins, wo sich die Zusammenkünfte, Vorträge und Mitgliederversammlungen zutragen. Das Forschungsgebiet hingegen kapriziert sich nicht auf die Stadt. Vielmehr repräsentieren wir mit der Leipziger Genealogischen Gesellschaft, was die vereinsmäßige Organisation angeht, im Moment im Prinzip das gesamte Gebiet des heutigen Sachsens. Ich komme darauf abschließend nochmal zu sprechen. Wir sind im Vorstand, derzeit acht Personen und sehen für unseren Verein eine wichtige Aufgabe darin, das Thema Familienforschung in der Öffentlichkeit zu platzieren. Zu unseren monatlichen Veranstaltungen im Rathaus können wir regelmäßig eine Reihe an interessierten Gästen begrüßen. Wir hatten zuletzt sogar 60 Teilnehmer. Darüber hinaus tun wir das insbesondere im Rahmen der Kooperation mit dem Dresdner Stadtarchiv und vor allem der SLUB. Wir organisieren gemeinsame Vortragsveranstaltungen, treten bei der Seniorenakademie auf, bieten. Martin hatte am Montag ja schon darauf hingewiesen, Beratungen im Rahmen der Wissensbar an, sind auf dem Dresdner Geschichtsmarkt oder wie hier auf der Langen Nacht der Wissenschaften vertreten. Im September 2017 haben wir den 69. Deutschen Genealogentag, das ist das größte Jahrestreffen von Familienforscherinnen im deutschsprachigen Raum, ausgerichtet, zu dem wir mit knapp 1000 Teilnehmerinnen einen neuen Besucherrekord aufstellen konnten. Und seitdem ist unsere Mitgliederzahl auf knapp 70 angewachsen. Ebenfalls im Vorfeld dieses Genealogentags, und zwar erstmals im Jahr 2015, fanden erste Gespräche mit dem Sächsischen Staatsarchiv statt, an deren Rande die Möglichkeit eines gemeinsamen Projektes ausgelotet wurde. Und es stellte sich schnell heraus, dass dabei die Transkription genealogisch interessanter Quellen im Mittelpunkt stehen sollte. Nachdem diese Überlegungen während der Vorbereitung einstweilen zurückgestellt wurden, schlug der inzwischen neue Leiter des Hauptstaatsarchivs Dresden, Prof. Dr. Wiegand, diese Projektidee anhand der Findmittel zu den sogenannten Spezialreskripten umzusetzen. Bei den Spezialreskripten aus dem Zeitraum 1542 bis 1831, die immerhin einen Umfang von 53,4 laufenden Metern ausmachen, handelt es sich um fürstliche Befehls- oder Antwortschreiben auf eingegangene Anfragen bzw. Berichte. Und diese wurden, wie in anderen Behörden auch, zu einer speziellen, jahrgangsweise geordneten Sammlung zusammengefasst. Die zu konvertierenden Findbücher erschließen diese Reskriptsammlung auf Einzelblattebene. Insgesamt handelt es sich dabei um elf Bücher, wobei das erste die knapp zwei Jahrhunderte bis 1730 umfasst. Anschließend beträgt die Laufzeit jeweils eine Dekade. Aufgebaut sind diese Indizes, wie hier zu sehen, in drei Spalten. Links ist jeweils der Titel zu lesen. Dabei kann es sich um einen Namen, wie hier Angermann, eine Urz- oder andere territoriale Bezeichnungen, Annaberg, Annaburgische Heide, eine Liegenschaft, eine Einrichtung, wie hier also das Archiv zu Wittenberg oder auch anderes Handeln. In der mittleren Spalte steht die Jahreszahl und rechts die Nummer des entsprechenden Reskripts. Schon dieses knappe Panorama zeigt, dass das Material nicht nur für genealogische Fragestellungen interessant ist, sondern die hier gebotenen Informationen können auch für Landes- bzw. Alltags- und für Neuzeithistorikerinnen, Adelsforscher, hier die letzten beiden Beispiele, Heimatforscherinnen, Ortschronisten und ähnliche Zielgruppen interessant sein. Vereinbart für die Indexierung wurden folgende sozusagen reziproge Leistungen. Das Staatsarchiv stellt dem Verein kostenlos Digitalisate der besagten Findmittel sowie eine vorstrukturierte Excel-Datenbank zur Verfügung. Die Vereinsmitglieder erfassen die Daten in dieser Datenbank nach den Vorgaben des Staatsarchivs, vor allem hinsichtlich Struktur und redaktioneller Gestaltung der Daten, die sich nach der vorgegebenen Erschließungsrichtlinie richten soll. Nach Abschluss der Erfassung stellt der Verein die inhaltlich ergänzte Datenbank dem Staatsarchiv kostenlos zur Verfügung und räumt diesem ein umfangreiches Recht auf Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Änderung, Bearbeitung, Veröffentlichung ein. Das Staatsarchiv überführt die Daten in sein Online-Informationssystem und weist im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise auf die im Vereinbarten Rahmen geleisteten Arbeiten des Vereins. Der Startschuss für das Projekt wurde schließlich am 8. Mai 2019 im alten Lesesaal und inzwischen Vortragsraum im Hauptstadtarchiv Dresden gesetzt. Dabei wurde der Bestand ausführlich vorgestellt und es wurde in die geplanten Eingaberichtlinien eingeführt. Besonders dankbar sind wir dafür der zuständigen Fachreferentin Andrea Tonert, die uns stets gern zur Seite steht und mir auch für diesen Vortrag noch einmal das eben gezeigte Material zur Verfügung gestellt hat. Die Digitalisate der Findmittel wurden in der Folge an elf Vereinsmitglieder ausgeteilt, die sich zur Mitarbeit bereit erklärten und die Daten, wie gesagt, tabellarisch zu erfassen hatten. Und zwar galt es einzutragen, ja, Nummer des Reskripts, dann der entsprechende Titel und danach, falls vorhanden, Personen und oder ein oder zwei Ortsnamen sowie, und dabei ist das Verständnis des Bearbeiters besonders gefragt, ein adäquates Schlagwort. Nun hatte ich ja eingangs angesprochen, dass die genealogische Landschaft innerhalb Sachsens nicht wirklich großräumig durch einen Verein repräsentiert ist. Aus diesem Grund laufen seit anderthalb Jahren, aktuell natürlich etwas unterbrochen, Vorbereitungen zur Gründung eines gesamtsächsischen Genealogievereins. Und die hier gezeigte, sachsenweit bewurbene, gemeinsame Veranstaltung sollte dafür gleichsam ein Prolegomenon darstellen. Ohne jetzt die sonstigen Notwendigkeiten und Gründe, die für so einen Verein sprechen, zu thematisieren, möchte ich doch gern abschließend einige mögliche Perspektiven aufzeigen, die dadurch, durch die Gründung eines solchen Vereins, für künftige Citizen-Science-Projekte realistischer erscheinen. Erstens die Beitragenden, das sind bisher wie gesagt nur Mitglieder. Erwägenswert wäre es, die Beteiligung unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft zu ermöglichen. Das hätte natürlich wiederum auch Konsequenzen auf die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit einem Projekt. Für die Gründung eines sächsischen Vereins spricht für uns vor allem die Vielzahl an Forscherinnen und Forschern, die für sich allein sozusagen als freie Radikale tätig sind. Und die durch ein solches Projekt eher in ein Netzwerk integriert werden können. Zweitens Beteiligungsmöglichkeiten, die betreffen sowohl das Verfahren als auch den Beitrag an sich. Was die Verfahrensweise angeht, ist das in dem Projekt, was ich hier vorgestellt habe, absolut einheitlich, nämlich so, dass den Teilnehmerinnen eine sogenannte CD-ROM, die Älteren werden das Medium noch kennen, mit dem Rohmaterial ausgeteilt bekommen, welches sie in der Excel-Tabelle, wie gesagt, zu indexieren haben. Alternative Verfahren wären hier definitiv überlegenswert. Auch was den konkreten Beitrag angeht, können zukünftige Projekte individueller zugeschnitten sein. Man denke beispielsweise an eine multilinguale Dimension und wir wissen alle, dass Genealogie-Grenzen recht fluide in der Regel überschreitet. Drittens, die Voraussetzungen, die sind hoch, das darf man nicht unterschätzen. Die erforderlichen Paläografie-Kenntnisse schränken die Zielgruppe deutlich ein. Ja, also das Gerät durch die eigene Brille und erst recht mir als Freeneuzeiter gern außer Augen, aber es ist so, selbst genealogische Anfängerinnen okurieren meiner oder unserer Erfahrung nach immer häufiger ohne Schriftkenntnisse. Und hier sollten künftige Projekte sich fragen, und das vermischt sich auch ein bisschen mit dem eben Gesagten, welche Beiträge auch von Interessierten geleistet werden können, die nicht derlei Spezialwissen oder Spezialkenntnisse mitbringen. Viertens schließe ich die Frage nach dem Partizipationsgrad. Wir haben hier natürlich ein reines Contributory Project. Und Crowdsourcing ist nun natürlich wichtig und soll freilich auch erhalten bleiben. Aber Citizen Science kann für uns nicht nur daraus bestehen, dass jemand was zu transkribieren hat. Wenn man sich jemanden sucht, der die alte Schrift lesen kann und deshalb Herr Kenialogin landet. Aus meiner Sicht sollten die umfangreichen thematischen Kenntnisse und das detaillierte Wissen, ich sage es mal häufig auch Inselwissen, was Familienforscherinnen aus ihrer oft jahrzehntelangen Tätigkeit mitbringen, auch genutzt werden, um Collaborative und Co-Created Projects aufzusetzen. Die Möglichkeiten der Beteiligung als Expertinnenreichen von der Teilhabe am Projektdesign durch Beratung und Hinweise zur Verbesserung bis hin zu aktiver Mitarbeit, auch bei der Auswertung und Veröffentlichung der Daten. Mit dieser kleinen periskopischen Aussicht möchte ich dann aber auch schließen und bedanke mich einstweilen für die Aufmerksamkeit.